Hallo und herzlich willkommen beim E-Learning Support des NLQ. Dieses Video soll Sie bei der Einwahl in einen Adobe Connect Raum am Mac unterstützen. Alles, was Sie für den Start benötigen, ist eine Einladungs-Mail aus dem VM und, sollten Sie die Desktop-App noch nicht installiert haben, die Schnellstart-Anleitung im PDF-Format. Los geht's! In der Einladungs-Mail aus dem VM finden Sie den Link zum Veranstaltungsraum in Adobe Connect. Außerdem erhalten Sie bei erstmaliger Teilnahme eine separate Mail mit Ihrem Nutzernamen und Ihrem Kennwort. Da die Desktop-App einen erweiterten Funktionsumfang hat und erfahrungsgemäß stabiler läuft, bitten wir Sie, sich die Anwendung herunterzuladen. Den Download-Link finden Sie in der Schnellstart- Anleitung oder im Hilfebereich auf adobe.com. Mit Klick auf den beigefügten Link startet der Download automatisch. Nach Abschluss des Downloads können Sie die Installationsdatei öffnen und Adobe Connect auf Ihrem Gerät installieren. Anschließend finden Sie die Anwendung in Ihrem Finder im Ordner Programme. Im Startbildschirm können Sie nun den Einladungs-Link aus der Mail, die Sie erhalten haben, einfügen. Nachdem sich das Programm mit den Servern des ADLQ verbunden hat, geben Sie bitte Ihre Nutzerdaten samt Kennwort ein, um den digitalen Raum zu betreten. In der oberen Leiste der Anwendung sehen Sie die Option, die das Veranstaltungsteam für Sie freigeschaltet hat. In unserem Fall ist es erlaubt, sich per Kamera und Mikrofon zuzuschalten. Womöglich müssen Sie dies in den Systemeinstellungen Ihres Mac erlauben und die Anwendung im Anschluss erneut starten. Nach Neustart der Anwendung kann das Mikrofon freigeschaltet und in den erweiterten Einstellungen ausgewählt werden. Ich möchte Sie noch auf einen Fehler der App hinweisen, der unter Umständen verursacht, dass sich das Pop-up-Fenster, wie hier gezeigt, nicht schließen lässt und auch die zugehörigen Einstellungen im System nicht richtig angezeigt werden. Ein Neustart Ihres Macs schafft in diesem Fall Abhilfe und ermöglicht hiernach, die Einstellungen im System so wie zuvor beim Mikrofon vorzunehmen. Nach Neustart lässt sich nun eine Kamera auswählen, die im Vorschaubild auf der rechten Seite noch final freigeschaltet werden muss. Nun sind Sie im digitalen Raum sichtbar und für alle Teilnehmenden zu hören. Über das Aktionsmenü mit dem Handsymbol können Sie sich melden oder einen Status setzen und in den Raumeinstellungen können Sie für sich selbst Ihre Lautsprecher und Ihr Mikrofon testen, ohne die anderen Teilnehmenden zu unterbrechen. Nun sind Sie startklar für die Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017